Vielen Dank, Christian, dass du uns herausgefordert hast. Wir haben natürlich die Herausforderung angenommen und wir sind ganz froh, dass wir an dieser Challenge teilnehmen können. Die ALS-Krankenpatienten und ja, wir freuen uns. Und bevor wir beginnen, müssen wir noch ein paar Nominations tun. Drei Darfst du da tun? Karl, den nimmst du? Also ich nominiere Silke Rieks, Christian Seenaer und Johanna Wiesmann. Ich war schon, du musst einen anderen machen. Ich hab schon. Markus Rissing. Hab schon. Hab schon. Checker Lume. Will nicht. Ich nominiere meinen alten Freund Peter Kansi, dann Peter Jäger aus der SW Schweiz und Reinhard Abge. Und bitte denkt dran, nehmt diese Challenge daran und nehmt sie an und 24 Stunden habt ihr Zeit, das Ganze zu realisieren. Und jetzt wird's pretty cool, glaub ich, Karl. Ich freu mich auch. Oh, 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 oh! Perfect. Vielen Dank.